moin moin mein leben hier ist alles gut dass du sagst und wir sind natürlich wie immer mit ARX Vivalgame mit den guten YukiLinja hallo da sind wir wieder und sie hat ja sag ich will was sagen bevor sagst du was wir vor haben wir haben voraufnahme schon zwei woche nicht aufgenommen daran liegt dass wir haben so hart zusammen gemacht dass sie mich im Käfig geschlossen dass ich kann nicht jetzt rausgehen weil er so wild auf sie gell schassi joa guck mal raus da mein Äffchen darf ich jetzt es ist höchste zeit dass ich kann da rausgehen du hast zwei wochen hier drin verharrt jetzt darfst du wieder raus endlich hat mich raus gelassen diese zwei jahre jetzt du bist ja alles weg jetzt du bist mein wildet hier so der macht nur scheiße und wir müssen jetzt genau Fleisch sammeln weil wir müssen jetzt hier mal hier so ein so ein hai megalodon dingsbums da farmen farmen tamen so heißt es glaube ich ich will unbedingt wir müssen irgendwas töten ja und was ich will noch sagen es ist ein heute ist bei mir ein test aufnahme weil ich werde heute oben links oder recht wie immer wird er sehen sich von yuki ja meine sicht genau genau es wird dann meine sicht wird zu sehen sein wie mein blödsinn den ich hier so veranstalte ja und wieso wieso mache ich da habe ich ich habe schon mir gestellt dass wenn ich baue ganze zeit zusammen farming das ist ein bisschen langweilig weil in dieser zeit zeit geht yuki irgendwas kühlt irgendwas sammelt irgendwas lustiges passiert er stirbt zum beispiel bei im ms exakt bei mir oder ja ich sterbe halt öfter ja das kann ich mir vorstellen und deswegen habe ich gesagt magst du einfach doppelaufnahmen sozusagen guck mal da ist er da kommt der hawk hallo und da kommt der hawk an irgendwelche hawk das hawk ah ok ist denn na ach so ist jetzt hier in game so jetzt müssen wir in game reden wie sieht der schlimm aus lange arme wie siehst du aus warum wollt ihr immer so klein sein aber aber langes gewehr kummer damit kompensiert seine größe ehrlich ist das geil kannst du nicht sprechen nein er hat seine mikro nicht angeschaut geschrieben schön ja wir nehmen hier gerade ein bisschen auf ich habe mich nicht dran tja das ist natürlich blöd schön dass du uns hörst wirklich aber nicht ja wir möchten heute hier mal so so ein megalodon wollten wir mal erfarmen ertarmen versuchen und dafür brauchen wir eine so feile und so und bezäubungszeug haben wir schon und jetzt wollen wir mal testen coole sache ja wenn du mal ganz links rüber fliegst da siehst du was der brattag da gebaut hat da ist glaube ich so eine so eine wand und da ist schon so ein so ein kein megalodon aber ein anderes zeug komm wir gehen mal gucken ich zeig dir das mal pass auf diese richtung ok die gehen jetzt zeigen und ich mache in dieser zeit was anderes du musst killen hier so eine frage habe ich bock zu killen wir brauchen fleisch aber das ist doch schon geil aus big fishi weißt du was das und wer ist du kannst fliegen ich nicht ja das müssen wir auch noch machen ein von diesen fliege heinis da holen und bevor ich habe etwas vergesst zu sagen leute es gibt eine neuerung ab du sagst selber der der was einmal moment moment gar nicht nie nicht unbedingt will ich jetzt hier fahren haben sondern einfach nur ein high oder so reichen auch schon mal sieht ihr leute hier gibt es neue neuerung es gibt die sticks von stein oder holz steht nicht jetzt auf 100 nur auf 5000 leute der das ist okay aber stein 5000 boah da kann man farmen ohne ende da kann man farmen ohne ende ja so also fleischige heute heißt actionpoor tja soll man ein paar helfer mitnehmen keine ahnung die jungs äh du redest in game gell ganz sei ich weiß weil mit bra mit brater mit hock mich versteht boah ich schreibe jo also ein ei ein ei ein ei kacki hier nicht ein ei ein ei gelegt also ei ich habe für schon ein hai ein ei soo jetzt kann mit was war vielleicht mehr sammeln ich glaube mit axt oder versuchen wir naja ich glaube das spitzwerk wird besser wow ey brater baut ziemlich ordentlich was gell mhm brater baut was ordentlich wo willst du hin ne ich ne ja da läuft jetzt rum warum hast du gar nicht gesagt was ich will machen folg mir mal du folgen 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 ähm ähm ich habe klein problemchen gell was denn ey ich brauche ja essen du brauchst essen ja und du nicht gell mhm soo ich muss hier auf aggressiv alter hast du essen oder was putti darf ich nennen ok nennen passiv wieso bist du jetzt auf passiv aggressiv aggression ähm hä schon äh 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 ich werde auch nicht aggressiv machen weil die könnte äh hast du ihn eingeladen zu unserer äh gilt er sozusagen äh nö warum er will nicht oder was weiß ich nicht was will oder nicht aber muss warte mal folgen äh äh greife ziel an ok w visão funktioniert das greife ziel an ach komm mal mit alle stehen noch drumherum deaktivieren kommt auch mit jetzt was ist hier so los die machen nicht das was ich will ja weil du bist heute nicht so gut drauf glaube ich deswegen sind die nicht nee das ist aktiviert von labert der hier und noch mal mit du greife ziel an und folgen das weg wirst du hin nach hause sowieso hier heute okay jetzt kommen sie alle mit jetzt bleibt er stehen kommt er jetzt wird es ist nicht mehr entstehen ja gut da wir mal gucken ja haben wir schon acht 1 uhr schon weg da so was ich will machen ist wie wir ein vogel zimmern ja das kannst du gerne machen so und haben wir hier mal wenn wir es wegen der habe ich was vergiss ich eng was wollte ich kann man nicht besser sollte jetzt so gut schön jetzt weiß ich wollte ich ich würde ein speer haben sieben roßfleisch ok ich brauche noch mehr es ist zu wenig viel zu wenig der einer da hinten der was die heißt er hat die stanz hoch level 14 eva was los mit dir irgendwie die eva ich packe rum jetzt nicht mehr gut viel spaß damit wieso rennt die eva da hinten rum woher soll ich das wissen das ist dein tier der folgungs was ist dann für es ist eva befehl folgen wieso folgst du mir nicht eva mach jetzt jetzt sind sie auf folgen was sammelst du jetzt da ich meine kacke da hinten ist so auf die andere seite also ich habe eine brücke gebaut also nicht eva steht da kommen die macht echt probleme da wer war das jugilia okay damit die hauen noch im abdruck das scheiße ich kann ich nicht killen jetzt sagt nicht da hinten hängt einer fest das kommt da okay das ging ja mal juhu fleisch ich habe jetzt 35 fleisch gepumpt dich juckt das überhaupt nicht gell wo sind jetzt wieder hin juhu mehr fleisch nein so jetzt sind die wieder auf passiv die haben dich gerade angegriffen ne jetzt sind die wieder auf passen hier in den hawk haben sie angegriffen sollte nicht so sein deswegen habe ich gedacht dass ob er kann in unser geld deswegen haben ihn angegriffen weil der ist fein für uns er kann er jederzeit aussteigen aus unserer gilber so 24 damals auch fleisch 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 nein ich mag das überhaupt wieso soll ich das machen wir müssen doch das scheiß zeug das vergibt doch das geht doch kaputt was ja das ich sag mal ein bisschen eisen will ich leute kommt mal wieder raus weil ich will mir eine spitzhacke bauen ich habe jetzt coole idee das könnte sein dass wir noch ein bisschen verschwendung aber kann ich risikieren ja du guck du guck komm her ja da kommt auf die schnauze oh ne oh oh So, ich habe die jetzt auf mein Ziel angreifen gemacht. Ich brauche Fleisch. Geht die jetzt wieder hin? Alter. Na gut. Okay, alle mir folgen. Oh, nicht schlecht. Holz, Holz, Holz. Holz, genau. Nimm ja Sticks, Holz. Und last run. Ähm, wie brauche ich das reparieren? Ja, bis zwei. Egal. So. Oh, na schau. Jetzt könnte ich das. So. Lieder. Ja, stimmt. Jetzt können 1000. Das wird ja nicht so schnell. Ne, ich habe, wegen dem Fleisch, ich habe jetzt 117 Fleisch jetzt momentan. Ah, das brauche ich hier rein. Du hast die Motosäge. Ne, ich habe die Motosäge. Du hast die Motosäge, ja. Ja, du hast sie mir geklaut, äh, glaube ich letzten. Gell? Ja. Jetzt haben wir, was ist das für ein, das ist, okay. Drei erst. Na gut. Das sollte brennen und ich hole mir eine Flugdino. Suche ich mir. Ich suche mir eine Flugdino. Ein Flugdino? Ja. Ja. Sollen wir das nicht zusammen machen? Wenn dann? Ne, das sollte passen. Hast du genug Fleisch? 117. Das sollte reichen, oder? Mhm. Alter, das ist nicht dein Ernst, dass hier gibt es keinen Flugdinos. Ich brauche jetzt auch einen Flugdino. Hilfe. Ich brauche jetzt auch einen Flugdino. Ich brauche trinken. Ja, wir machen den hier. Wieso bin ich schon wieder erschöpft? Ah, ich brauche noch Essen schon wieder. Ich brauche Essen, ja ich auch. Ohne Scheiß, es gibt hier keinen Flugdinosaurier. Ja, oder was? Ich brauche einen Flugdino. Da gibt es keins. So ungefähr ab Level 55, gell? Ich will einen Adler fangen, gell? Ja. Ja, die sind weiter oben im Gebirge, ne? Ja, ja. Hallule. Weißt du was? Ich kille dich. Da ist auch noch Fleisch. Juhu! Fleisch! Fleisch! Komm her, du! Wow! Ich habe jetzt... Auf den Kleinen. Ja, los! Mach die kaputt! Klopp! Ich greife die großen Dinos. Gut. Ja. Der geht nicht. Das geht nicht. Äh, das geht nicht. Was? Das geht nicht. Von so einem kleinen Feeder Fleisch zu farben, irgendwie. Zu wenig, oder was? Hm. Wie habe ich jetzt? Ich habe jetzt... 160, gell? Fleisch. Ah! Mehr Eis! 79 habe ich gerade mal. Warum machst du so viel? Tja, weil ich finde die großen Dinos. Ich... Ich betäube die und dann kill ich die. Clever. Ja. Und ich renne hier mit meinen Jungs rum. Na. Aufheben. Fleisch! Und nicht mehr Fleisch. Wie viel kann ich... Ah, ja. 146. Komm, da muss erst mal reichen. Geh jetzt mal zurück. Zurück. Wer, du? Wieso? Ich komme jetzt zu dir. Um dann vor Ort ein Hai zu fangen. Oder ein Megalodon. Es wird nämlich gleich dunkel. Schon wieder. Komm, die Jungs. Die sind so langsam. Du musst ihm mehr Speed geben. Komm her. Komm her. Du bist sehr brav. Ich bin gut. Hast du jetzt einen gefangen? Was? Nein. Hast keinen gefunden. Wir sammeln auch die Fleisch, gell? Ach du sammelst doch Fleisch. Guck mal, hier haben wir doch noch ein paar Opfer. Muss mal auf die Jungs warten hier. Die sollen meine Arbeit machen. Ich level bis nur zwei. Viel Spaß damit. Nein. 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 Kostet von mir Fleisch. Da ist dann noch einer. Den haben wir jetzt auch. Ich habe einen. Flüchtlinge gebetäubt. Nur gibt es ein kleines Problem. Das wäre? Er ist ziemlich weit weg. Auf dieser Level 10, gell? Er hat gereicht nur ein Pfeil, gell? Wow. Kann ich ihn schieben? Nein. Ich werde ihn anschauen. Scheiße. Komm, Jungs. Haben wir noch Narko Mittel? Weißt du das? Narko haben wir genug. Narko glaube ich weniger, weil ich in der letzten Folge 200 Pfeile hergestellt habe. Mh. Einer geht durchs Wasser. Bei mir. Der taucht. Guck mal da unten durch. Okay. Ah ne, jetzt hängt er unter der Brücke fest oder was? Ah du Trottel. Komm. Die zu äh alle gleichmäßig zu koordinieren ist manchmal recht schwierig. Komm da wieder raus. Alter ich weiß nicht wieso aber ich habe irgendwie gefühlt hier verbraucht man es. Wir schwimmen jetzt. Dann gehen wir einfach durchs Wasser. Fertig. Haben wir Narko? Narko, Narko, Narko. Hier nix. Hier. Scheiße wir haben keine einzige Narko Mittel. Hä? Wieso? Weil ich habe alle Narko Mittel verwenden für die scheiß Pfeile. Scheiße. Echt jetzt? Das sieht so aus. Dann sammle noch ein paar Bären. Ja die brauchen wir natürlich. Ah. Dann haben wir ein bisschen zu viele Bären. Zu viele Pfeile. Äh. In Trull haben wir so ungefähr 150 gell. Trike warte mal kurz. Oh der macht mich vielleicht platt hier. Soll ich helfen? Äh. Oh der haut aber ordentlich rein ey. Was du nicht sagst. Ne aber alles gut. Bisschen. Ich bin nur halbtot. Sonst gehts. Ja halbtot. Ja schön. Jungs wir gehen jetzt was zu essen machen. Na gut. Schmeiß ich das weg. Das weg. Das weg. Jetzt kann ich hier. Ja lol. Oh. Wie ist das? Hm? Ich brauche Nackobär. Dann nimm doch die Petra. Aber was mach ich jetzt? Wo bin ich? Ich muss was machen. Habe ich was kurz vergessen. Zwei reichen mir ja nicht. Hä? Habe ich kein Fleisch? Hä? 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 Ah ja stimmt. Ich bin blöd. So. Futter. Erstmal wieder gesund futtern. Hm. So. So jetzt ist das hier dunkel. Weil es dunkel ist. Weil es nacht. Kommen die alle mit? Ich habe die Hälfte wieder verloren. Die hängen wieder irgendwo im Gebüsch. Ja. Wo sind denn die? Da unten hängen sie fest. Ah. Muss ich mit denen echt außen rumlaufen? Der backt hier fest. So. Komm doch. Doch. Der bewegt sich jetzt gar nicht mehr. Warum? Du. Mir. Folgen. Da oder? Ja. Ah. Schande. Bekommst du Hälfte? Scheiße. Ich muss ihm. Also. Dankeschön. Schön. Ah. Scheiße. Okay. Asset zwei Mittel. Muss ich merken. Ja. Schön. Der. Komm jetzt. Der will nicht. Der steht da doof oben. Echt? Nein. Hier. Jetzt kommt er. Und an welchem Abstand? Hä? Wo sind die anderen allein? Wie sie können... Na egal. Also ja. Machen wir ja mal Aufnahmepause. Ja. Hä? Ich kann nicht herstellen. Die Narkomittel. Warum nicht? Ist es ein Bug oder was? Da kommen sie angelaufen. Irgendwie schon glaube ich. Eins. Zwei. Eine. Alle vier da. Okay. Ja. Ich glaube dann müssen wir neue Mörse herstellen. Ja. Warum geht es nicht mehr? Äh. Äh. Es geht wirklich nicht. Also ich beende mal hier die Folge jetzt so. Tschüss. Ja. Ich auch. Tschüssi. Ciao.